Hallo Leute und herzlich willkommen mal zu einem anderen Video. Sorry, wenn sie mich ein bisschen komisch anhören oder so, aber ja. Also, ich hatte heute mal so einen privaten Konflikt, der dazu gefügt hat, dass ich nie wieder auf der PS4 spielen darf oder streamen darf. Überhaupt, ich darf nie wieder auf der PS4 streamen. Ich darf nie wieder Playstation spielen. Weil ihr wisst ja, ich bin halt noch nicht volljährig und habe eine eigene PS4. Also, kann ich mir holen, ja. Aber will ich halt, also will ich schon, aber ich darf es halt noch nicht. Ich bin halt noch nicht alt genug, war meine Eltern, blablabla. Und, ähm, das hat der Tipp dazu geführt. Ich habe einmal, also, ich bin halt ein sehr kranker Suchti, was PS4 und sowas betrifft. Und ich habe halt in den letzten Tagen sehr oft so jeden Tag sieben, sechs Stunden gespielt. Andere von euch sagen, hey, es geht doch voll. Aber mein Vater ist dabei sehr streng. Und mein Vater hat mir gesagt, dass ich jetzt den anderen PS4 spielen darf, da ich halt immer zu viel spiele. Deswegen werden jetzt sehr, sehr lange keine Videos kommen. Und es werden auch sehr lange keine Streams kommen. Wenn überhaupt, ob überhaupt irgendwann noch Streams kommt. Tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Und ich weiß auch nicht, was ich so sagen soll. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Und ja, tschau.